Also erstmal über die Berge in Bayern, also sogar ein kleines Berg ist schon schwer hochzukommen. Sagt man das? Ja klar, auf jeden Fall. Die Beine tun noch weh. Aber danach ist es schon eine ganz besondere Region in Europa, glaube ich. Es gibt nicht viele Regionen, die so stolz sind auf ihre eigene Kultur, eigene Identität. Und ich versuche jetzt noch, all diese Sprüche reinzukommen. Habe die Ehe? Was heißt das? Es ist einfach eine Begrüßung. Okay, gut. Servus und so weiter. Und auch das Essen. Für mich ist es einfach so, dass man immer ein besseres Gefühl hat mit den Leuten, wenn man sich diese Mühe macht. Und ich habe jetzt München auch besucht, ich habe andere Sachen gemacht. Wir haben auch hart trainiert. Also ich mache nicht nur das, wir haben auch hart trainiert letzte Woche. Aber den extra Schritt will ich schon machen. Und für mich ist es einfach ganz wichtig. Aber ich bin nicht der Einzige. Mein Staff macht genau das Gleiche. Und am Ende, hoffentlich in den nächsten vier oder fünf oder sechs oder sieben Jahren sind wir, wieso lacht ihr alle? Aber sind wir eigentlich alle adoptierten bayerischen Leuten? Und es ist einfach so, wie man sich diese Handeln zeigen kann. Und das ist einfach so, wie man sich das auf den letzten Tage dokumentiert hat. Und wir können die Leute finden. Und dann müssen wir auch mal nachrufen. Und dann müssen wir auch noch mal nachrufen. Vielen Dank.